Oh, das kann ich so schnell erstellen, was das zu bedeuten hat, aber das ist eine Sprache, die mir nicht bekannt ist. Was ist denn das hier? Oh, hä? Drill Pro? Brushless Power? Don't try, es ist Atom. Ah! Ha 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 ha! Weiß nicht. Weiß nicht, es hat wirklich gebritzelt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GodHus.TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute nachgemachte China-Kracher-Fake-Geräte an. Ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Mal gucken, was ich hier so bekomme. Und natürlich gibt es hier etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein bei GodHus. Alles, was du dazu machen musst, ist unten die Kommentare, deine Meinung zu den Geräten zu schreiben. Was findest du gut, was findest du schlecht oder was ist dein Liebling? Wir fangen an mit Akkus und zwar relativ kurz. Ich möchte nur was zeigen und zwar Fake-Akkus. Wir kommen gleich noch zu Geräten, die nicht original sind. Aber wir fangen erst mal bei Akkus an und da haben wir hier einige Vertreter und das nicht mit euren Akkus nachmachen. Mit denen hier egal, weil das benutzt kein Mensch mehr. Schaut mal hier. Wir fangen an mit Makita Akku. Also wir haben einen Makita Akku und dann haben wir noch mal einen original Makita Akku irgendwo. Hier haben wir einen original Makita. Der sieht so aus bzw. sieht so aus. Das hier original, das hier nicht original. Achtet bitte drauf, wenn ihr einen Akku kauft, denn hier gibt es so viele Sachen, die man beachten muss. Das passt im Video dazu, verlinke ich die mal hier oben, wenn es schon rausgekommen ist. Denn da kann so viel passieren mit diesen Fake-Akkus. Aber interessant ist Folgendes, das werden wir gleich auch noch mal sehen. D, das Gewicht. Und zwar sehen wir mal den Nicht-Original-Akku und schauen uns mal das Gewicht an. 565 Gramm zu 670. Irgendwas ist da anders. Und man merkt auch wirklich, dass der schwerer ist. Aber das könnte man durchaus vermuten, dass da gleich viele Zellen drin sind. Wer weiß. Aber irgendwas ist schon mal ein bisschen komisch. Schreiben wir unten in die Kommentare. Soll ich die mal auseinanderbauen? Soll ich mal wirklich reingucken? Was ist hier eigentlich drin im Vergleich zum anderen? Wäre auf jeden Fall mal ein Testwert. Natürlich haben sie sich auch gedacht, wenn, dann wollen wir auch so ein bisschen diesen 40-Volt-Flair verbreiten. Ja, hier haben wir ein so XM, nee, M-A-X Max. Das ist ein, das andere ist ja XGT, glaube ich, XGT von Makita. Aber es ist alles ein bisschen ähnlich, alles ein bisschen sieht auch nicht Makita drauf. Immerhin. Ich guck mal hier unten drunter. Nee, aber die kommt mir noch ein bisschen leichter vor. Wird immer leichter. 500. 500. Ja, das ist schon echt nicht doll. Na gut. Haben wir das mal uns angeschaut. Ihr seht, also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt gehen wir mal zu Bosch. Jetzt haben wir hier einen 7 Amperestunden 18 Volt Akku für Bosch. Es steht nicht Bosch drauf, steht, glaube ich, nirgendwo. Eine Power Tools, Battery, 106. 126 Wattstunden. Da zieht es durch, ja, mit 7 Amperestunden. Alles klar. Und jetzt haltet euch mal fest. Wir machen es jetzt mal etwas spannender. Wir nehmen jetzt mal einen 5,5er. Wo haben wir hier einen 5,5er? Einen 5,5er? Hallo, er da einen 5,5er. Wir haben keinen 5,5er hier. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier einen 5,5er. Und jetzt werden einige sagen, du hättest ja auch den 8er hier nehmen können. Ja, ich weiß, aber manche denken, die sind verschieden schwer. Sei es drum. Wir nehmen jetzt hier einen 5,5er. Gucken wir jetzt mal. Der wiegt entspannte 1000 Gramm. Wir runden jetzt mal ein bisschen. 1000 Gramm. Und da sind 5,5 Amperestunden drin. Das heißt, der hier müsste ja eigentlich ein bisschen. Na ja, gucken wir mal. 370 Gramm. Was ist denn da los? Also da sind wahrscheinlich immer die Hälfte der Zellen drin. Ja, also das ist das So hier für euch auch noch mal. Das ist der Akku. Ihr seht, irgendwas fehlt da, oder? Irgendwas ist da so ein bisschen anders. Also da seht ihr, wie ihr verarscht werdet, wenn ihr solche Fake Akkus kauft, zumal da noch so viele andere Risiken bestehen. Also wirklich, lasst das bitte sein. Ich möchte ein paar andere Sachen zeigen, wie zum Beispiel hier. Das hier soll D-Wald sein. Ja, hier D-Wald. So würde D-Wald dann wirklich aussehen. Natürlich, die passen auch. Also ihr könnt die reinstecken und ihr könnt damit auch theoretisch arbeiten. Aber ihr habt hier Hitze Probleme, ihr habt Sicherheitsprobleme und das Ding kann, so wie es ist, hier wirklich abfackeln. Und das würde ich, das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert. Im meisten seid ihr hier bei dem Preis etwa bei der Hälfte von dem. Teilweise ein bisschen drunter, teilweise ein bisschen drüber. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das Ganze gibt es zum Beispiel auch hier für Milwaukee. Ja, da hast du hier Milwaukee, nicht Milwaukee. Sieht täuschend echt aus. Ja, na klar. Da steht auch nicht Milwaukee drauf. Ohne Frage. Ich habe auch nicht Milwaukee drauf. Jetzt unten drauf. Ja, hier würde Milwaukee stehen. Hier steht ja Replacement. Wir replacen hier gar nichts. Das ist zwar immer alles ganz lustig und wir gucken uns gleich auch lustige Geräte an. Aber das hier ist kein Spaß mit Akkus. Das spielst du im Zweifel wirklich mit deinem Leben und mit dem Haus, was abbrennt. Also lass das sein und kauf sowas nicht. Kauf bitte nur Original Akkus. So, wir haben wir, hier haben wir etwas Schönes. Und zwar haben wir hier, ich habe keine Ahnung, was es ist. Lass uns mal hier kurz reingucken. Wir haben hier, wartet mal, Moment, ich habe hier etwas entdeckt. Wir haben hier, die Firma Heimerdinger ist wieder am Start ohne Blatt. Na gut, gucken wir mal, was haben wir hier eigentlich? Also, wir haben ihre Sendung wurde vom Zoll geöffnet. Und Klammern rechtsgrundlage Paragraph 3 Absatz 5 des Zollverwaltungsgesetzes. Die Stichproben, Strichproben, reiseweise durchgeführte Reiseweise Kontrolle hat keine. Ach, das ist auch egal. Was hat der Zoll gesagt? Passt schon. So, wir haben hier, wir haben, oh, das ist heute Rekord. Wir haben eine mehrseitige Bildungsanleitung und zwar auf Englisch. Durch mehrere Seiten auf Englisch. Mann, Mann, Mann. Guck mal rein. Also wir haben eine Säge. Das ist eine Säge. Jetzt verstehe ich das. Und zwar ist das eine 21 Volt Säge von der Firma Heimerdinger mit einem Blatt 125 Millimeter. Wir suchen mal kurz derweil. Und dazu haben wir Schlüssel und einen Anschlag. Denn die Säge ist ein Anschlag. So, also hier kommt das Blatt rein und die Firma Heimerdinger ist ja bekannt für seine starke Kooperation mit der Firma Milwaukee, sagst du schon, Makita. Und jetzt dreht sich da bestimmt was. Angst, okay, also wir haben ja also eine Säge, die links läuft, mit der ich jetzt so sägen könnte. Und ich kann mich schon mal noch die Tiefe einstellen. Schaut mal hier, Tiefe geht. Oh, guck mal hier, schaut mal hier, da, schaut mal da. Und Winkel geht nicht. Ach so, da ist ein bisschen Metall im Weg. Das verbiegt sich schon alles. Also Winkel geht nicht. Zurück geht aber auch nicht. Was kostet das? Wenig. Weiß keiner. So, also das. 33 Euro. Das ist ein, das hat das Gerät von der Firma Heimerdinger. Und ich habe gerade aus der Regie gehört, ich habe kein Blatt dafür. Naja, wir testen das trotzdem mal. Nee, Spaß, Quatsch. Keine Ahnung, aber was soll ich denn mit so was? Nee, da kriegt man wieder Angst. Außerdem sind hier unten auch hier nur zwei Kontakte. Das ist nicht gut. Aber dafür haben wir hier hinten wirklich eine Anzeige für die Batteriestand. Schaut mal hier. Och, das ist ja witzig. Guckt mal, da kann ich es auch ein- und ausschalten. Ach nee, die Geschwindigkeit. Also der Ausschalter ist für die Geschwindigkeit. Firma Heimerdinger, wir müssen reden. Wir wollen damit ja sägen. Und da haben wir ja hier einen Anschlag. Ah, hier. Dafür haben wir den Anschlag. So, da kommt er ran. So, jetzt Anschlag. Wir legen das hier an. So, und würden ja sägen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das ist ganz schön schief. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also, da können wir wieder gerade biegen. Ah, oder vermutlich wieder. Was ist das für ein Quatsch? Also, ohne Scheiß. Wozu legt ihr dieses Metall überhaupt dazu? Was soll das? Was soll das? Was soll denn das? Warum? Warum? Boah, das war ein Profiwurf. Was haben wir heute drin? Denn wir haben einen, boah, was ist das? Einen Bosch, einen Heimerdinger. Natürlich. Die Firma Heimerdinger ist hier am Start. Wir haben keinen Bohrer und keine Anleitung. Brauchen wir eine Anleitung dafür? Nein. Aber wir könnten ja mal die Regie, die hinten langläuft, kann mir mal bitte das Originalgerät von Bosch geben. Denn ihr müsst euch mal angucken, was ist denn hier los? Wir haben hier wirklich ein Gerät, was eins zu eins aussieht, wie das Gerät von Bosch. Das ist ein Rotary Hammer. Heimerdinger, ein Brushless 3,2 Joule. So, guck mal hier, das ist das falsche Gerät. Es gibt doch ein fast baugleiches Gerät von Bosch. Moment, wir müssen mal gucken. So, wir suchen, machen wir was anderes. Wir gucken mal, was haben wir denn hier eigentlich für ein Akkusystem? Weil wir haben ja eigentlich offensichtlich ein Gerät von Bosch. Zumindest sieht das Gerät von Bosch so ähnlich aus. Wir gucken mal, ob wir Bosch hier draufkriegen. Nee. Oh, doch. Nee. Nee, Bosch ist nicht. Makita? Ah! Die Farbe verrät uns alles. Es ist ein... Hier leuchtet es. Okay, das sollte so. Also schaut mal hier. Wir haben hier, wir haben hier ganz normal, wie man es eigentlich kennt. Ja, Hammer bohren, bohren und hämmern. Und hier vorne sieht es aus, wie es dir ist. Probieren wir mal aus, oder? Taugt das was? Die Firma Heimerdinger steht für Qualität. Warte, 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 warte. Moment. Moment. Das ist ein Hybridgerät. Also ihr seht hier, eindeutig, eindeutig, eindeutig ist das hier gedacht, dass man hier auch mal so einen Akku nimmt von Bosch. Setzt man dann hier ein, das ist ja, weil Hybrid passt nicht so weit rein, so bis hier nur. Funktioniert bei Makita ist etwas mehr hybridisiert inzwischen. Da geht es komplett rein. Die Frage ist, geht auch Milwaukee? Ist auch irgendwie geleuchtet hier, oder? Nee, Milwaukee passt gar nicht. Dementsprechend auch nicht. Nee, nee, nee. Also kein richtiger Hybrid, aber jetzt testen wir mal wirklich. Ihr habt gesehen, das Ganze hat funktioniert. Grundsätzlich sind wir reingekommen in die Wand, das ist ein Betonblock. Was ich interessant finde, ist folgendes. Wir haben hier ein 3,5 Joule Gerät. Wir haben ein deutlich schwächeres Gerät, das ist der 26er. Der hat deutlich unter 3 Joule und war trotzdem schneller. Wir haben hier irgendwas um 11 Sekunden, 13 Sekunden. Natürlich haben wir hier einen Preis von etwa 40 Euro ohne Akku. Hier sind wir bei 52 Euro, nein, hier sind wir bei einigen Euro mehr. Ich habe mir den Preis gerade nicht im Kopf, ich blende dir das mal da ein. Macht das alles Sinn? Weiß ich nicht. Schreib es mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall nutzbar ist das irgendwie schon. Aber irgendwie weiß ich nicht. Was haben wir denn? Hier. Wir haben einen neuen China-Kracher von der Firma Drill Pro. Oh, ohne Anleitung, ohne Anleitung, am liebsten brauche ich nicht lesen. Wir haben hier eine Stichsäge, also eine echt kompakte Stichsäge. Guckt euch doch mal an, was ist denn da los? Die ist ja wirklich klein. Die ist ja wirklich, wirklich klein. Gut, probieren wir mal, was ist denn hier los? Können wir mal ein Blatt haben? Ein Blatt. Das ist dann ein Blatt. Na gut. Ach so. Natürlich. Was kostet das Gerät? Wir sind vorbereitet. Wie viel? Wie viel? Watt? 50 Euro? Ja, da hätte ich gerne einen Innensechskant, um das Blatt einzuspannen. Natürlich. Man werfe mir den Inbus-Schlüssel. Nein, das wird die Scheiße her. Oh, das war aber hier. Sacht er. Wir haben einen Inbus-Schlüssel. Wir nehmen einen. Nein, wir haben einen Innensechskant. Schauen wir mal. Was ist eine Scheiße? Was soll denn das? Wer braucht denn sowas, bitte? Ach so. Ich muss das abschrauben. Nicht nur ein bisschen lösen. Also habt ihr sowas schon mal gesehen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Oh, doch, 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 doch. Mann, 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 Mann. So jetzt die Frage, was ist denn das hier eigentlich überhaupt? Ist das jetzt hier ein, äh, Moment, gucken wir mal. Ist das ein Bosch-Gerät? Und es ist offensichtlich kein Bosch-Gerät. Aber hier seht ihr schon, dass sowas nicht funktioniert. Es darf nicht sein. Also ihr könnt doch nicht hier einfach einen Akku so ein bisschen ranhalten und das Gerät könnte vielleicht eventuell so ein bisschen funktionieren. Das ist nicht schön. Aber egal. Wir nehmen unseren Makita Akku, weil der wird wahrscheinlich funktionieren. und schauen mal, wir haben hier übrigens auch folgendes. Wir haben hier auch eine Pendelhub-Einstellung. Die scheint sogar etwas zu bewirken. Ja, und wir können hier auch ein bisschen den Sichtschutz dran machen. Wir sehen mal. Ihr habt gesehen, funktioniert tatsächlich. Also man kann damit sägen. Die Firma Drill Pro hat hier gut gesägt. Und was auffällt, ist, dass das hier alles ein bisschen sch... Oh, ach so. Das meint, ich verstehe das einfach mit der Hand. Also so oder so. Ah! 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 Schaut euch das gleich mal an hier. Da ist ja ein Insechskant dabei. Und der hätte bestimmt auch gepasst. Ja! Ja, wie clever von der Firma Drill Pro. Das macht ja total Sinn. Einfach hier unten dran. Zick, zack. Voll cool. Okay, wir machen jetzt folgendes. Ich habe hier ein Gerät von Bosch. Und zwar die 18225 Babybügel, was übrigens nicht mein Favorit wäre. Und mit der sägen wir jetzt auch mal. Und jetzt noch mal. Das Ganze war ja bei beiden Geräten ohne Pendelhub. Jetzt noch mal mit Pendelhub. Was sagt Bosch? Booyah! Hier läuft's. Also ihr habt gesehen, was für eine unendlich viel höhere Geschwindigkeit Bosch hatte. Vor allem, sag mal, ein Markengerät hatte, die von Makita oder von Festival oder sonst was würde auch in ehemlicher Geschwindigkeit hier durchrattern. Und wir haben hier bei weitem natürlich noch nicht das hochwertigste Gerät genommen. Aber von Bosch Professional, glaube ich, eines von den günstigeren auf jeden Fall. Das ist schon echt krass, wie viel schlechter das Gerät dagegen ist. Und das mit dem Nicht-SDS wäre für mich überhaupt kein Ding. Ja, ich meine, wir haben hier 50 Euro gegenüber 200 Euro. Aber trotzdem, vier Stück davon sind auf jeden Fall weniger wert als eines davon. Also lasst das doch sein. Und wenn ihr so wenig Geld nur ausgeben wollt, dann kauft einfach ein Gerät aus dem normalen Baumarkt. Das habt ihr höchstens einen besseren... Ja, ist alles irgendwie... Nee. Es ist schon erstaunlich, was man wirklich so kaufen kann für kleines Geld und was das dann taugt und was das wiederum auch nicht taugt. Also ich bin super, super, super gespannt auf eure Kommentare. Denn meine Meinung, kauft den Schrott nicht. Aber vielleicht sagt der eine oder andere von euch, ja, das ist mein Gerät. Dann rein in die Kommentare damit und für euch rein ins Werkzeug und bis zum nächsten Mal.